Die deutsche Wirtschaft hat zu kämpfen. Jahrelang drehte sich alles darum, billige Energie aus Russland zu kaufen und damit hochwertige Waren zu produzieren, die in der ganzen Welt geschätzt werden. Dieses Modell funktioniert nicht mehr. Dies ist mehr als nur ein Abschwung. Deutschland muss seine Rolle in der Welt neu überdenken. Gleichzeitig helfen deutsche Unternehmen Russland weiterhin. Russland hat über die umliegenden Länder Luxus- und Hightech-Güter aus Deutschland erhalten. Wenn man dies alles zusammennimmt, gibt es für die deutsche Führung einen sehr zwingenden Grund, sich öffentlich auf die Seite Russlands zu stellen. Sie tun es ohnehin hinter den Kulissen. Es ist klar, dass ihnen die Sanktionen nicht am Herzen liegen. Ein billiges Energieabkommen würde ihre Wirtschaft fast sofort wieder ankurbeln. Behalten Sie also die deutsche Wirtschaft im Auge. Einige große Veränderungen stehen bevor. Und die Wirtschaftsnachrichten werden dazu beitragen, dass sie stattfinden. Anfang April wurde aufgedeckt, dass die deutschen Exporte in die unmittelbare Nachbarschaft Russlands seit dem Einmarsch in die Ukraine sprunghaft angestiegen sind. Spiegel Online schrieb dazu am 19. Mai, Zitat, Nachdem Putin seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ, hat der Westen ein umfangreiches Sanktionsregime auf den Weg gebracht. Der Verkauf von Elektronikbauteilen nach Russland ist inzwischen vollständig untersagt. Doch offensichtlich werden die Exportverbote systematisch umgangen. Zitat Ende Die Lieferungen der Komponenten sind mit dem Vermerk nur für den privaten Gebrauch versehen und konnten so problemlos den Zoll passieren. Doch Russland braucht diese Elektronik dringend. Und Kasachstan ist eng mit der russischen Kriegsmaschinerie verbündet. Dem Spiegel zufolge wussten die deutschen Behörden von diesen Exporten und hätten alarmiert sein müssen. Spiegel Online schrieb des Weiteren Die Päckchen aus Stuttgart-Stammheim sind Teil jenes anschwellenden und milliardenschweren Stroms sanktionierter Waren, der sich aus dem Westen kommend in Russlands Nachbarländer wälzt. Dabei geht es um mehr als nur um Elektronik und Computerteile. Geliefert werden Drohnen und Maschinen, Werkzeuge und Schmieröle, Kugellager und Chemikalien. Kurzum, es findet sich vieles von dem, was der Kreml benötigt, um seine Volkswirtschaft und seine Militärmaschinerie am Laufen zu halten und was ihn eigentlich nicht mehr erreichen sollte. Die Tatsache, dass der deutsche Staat und sein industrieller Komplex diese und ähnliche Exporte immer wieder zulassen, ist kein Zufall. Hesekiel 38 prophezeit, dass Russland in den letzten Jahren eine führende Macht sein wird. Hesekiel 27 zeigt, dass Russlands Stärke zum Teil aus einem Wirtschaftsbündnis mit Deutschland resultiert. Diese Prophezeiung beschreibt eine Handelsmacht, die Tyrus genannt wird und Waren mit vielen Völkern austauscht. In Verse 1-3 und 12-13 heißt es Stimme ein Klagelied an über Tyrus und sprich zu Tyrus, die du wohnst am Zugang zum Meer und für die Völker mit vielen Inseln Handel treibst. So spricht Gott der Herr, o Tyrus, du sprichst, ich bin die Allerschönste. Tarsis hat für dich Handel getrieben mit einer Fülle von Gütern aller Art und Silber, Eisen, Zinn und Blei auf deine Märkte gebracht. Javan, Tubal und Meshech haben mit dir gehandelt und Sklaven und Geräte aus Kupfer als Ware gebracht. Tyrus bezieht sich auf die Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches in der Endzeit, während das Volk von Tarsis sich auf das japanische Volk bezieht. Das Volk von Javan ist in dem heutigen Griechenland und die Leute von Tubal und Meshech sind im heutigen Russland. Lesen Sie dazu unsere Broschüre Der prophezeite Fürst von Russland. Diese Broschüre finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de Letzte Woche wurde auch deutlich, wie sehr die deutsche Wirtschaft leidet. Es wurde offiziell bekannt, dass Deutschland in eine Rezession gerutscht ist, während andere europäische Nationen, die EU insgesamt und die Vereinigten Staaten wirtschaftlich wachsen. Damit hing das Wirtschaftswunderkind der Nachkriegszeit dem Trend hinterher. Die Inflation hat die privaten Konsumausgaben drastisch gesenkt und Unternehmen litten unter steigenden Energiepreisen. Deutschland kann es sich nicht leisten, eine schwache Wirtschaft zu haben. Wenn Deutschland weiterhin eine globale Rolle spielen will, muss sich etwas ändern. Die Deutschen sind zunehmend unzufrieden mit ihrer Regierung, die sich dieser Realität nicht stellen will. Wie Herr Flury in seinem Artikel Wie die globale Finanzkrise die zehn europäischen Könige hervorbringen wird, erklärte, Bereiten die wirtschaftlichen Turbulenzen, die wir derzeit erleben, den Boden für den dramatischen Wandel in der Führung Deutschlands und Europas. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Webseite dieposaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at dieposaune.de schreiben. Mein Name ist Josio Michels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal. Bait characters.